Jo, interessant, ich habe mir das jetzt gerade auf YouTube mal wieder reingezogen, ich wusste es gar nicht mehr, ich weiß aber, dass ich es mal weiß, oder weiß, dass ich es mal wusste. Und zwar, wir sind ja hier in der Mokwin-Dynastie angekommen, wie schon von mir erwähnt, wenn wir jetzt hier irgendwie, ne Quatsch, wenn wir hier weitergehen, dann kommen wir halt zum Boss, glaube ich, das war die Richtung. Und halt, oder generell, wie soll ich sagen, einmal die Richtung hier, wir kommen ja hier raus, wenn wir hier Richtung Wald gehen, kommen wir zum Farmspot und hier oben kommen wir halt Richtung Boss. Bis nach hier zum Tempel und bla. Und könnte wichtig sein für das New Game Plus und hier ist es halt ein bisschen stressig, hier werden wir relativ hart angegriffen von irgendwelchen so Geisterviechern. Ich bretter jetzt mal durch, das ist natürlich hier eine Falle, ist schon klar. Trotzdem bretter ich jetzt mal durch und hole die Items schon mit und sterbe. Cool, cooler Trick. So, dann auch mal einfach weiter, jetzt kommt gleich so ein Megastrahl, der mich wahrscheinlich dann umhaut. Oder wir haben Glück, weil ich gerade so quer da drüber brettere, das sieht gut aus. So, und jetzt sind wir eigentlich dort angekommen, wo wir ankommen wollten. Hier ist halt eine Farmmöglichkeit oder der Anfang der Farmmöglichkeit. Jetzt kommen die mich alle stressen und ich habe keine gute Waffe ausgewählt und da hinten wollen wir hoch. Das ist, ja, ich komme jetzt nicht auf die Karte, aber hier an der Stelle wollen wir hoch. Da sind die vier Dudes, die wir auch immer farmen, genau, bla bla. So, und hier ist der berühmte Runen-Farmspot, um den es sich immer dreht, den ich schon so oft gezeigt habe. Den haben wir jetzt auch hier im New Game Plus erreicht, wunderbar. Und was mein Fehler in der Annahme war, jetzt kommen die Dudes noch, oder? Wenn man Moog gemacht hat, das ist es, nicht Varee. Varee besiegen ist egal, ich hätte weitergehen können und auch Varee besiegen. Hier unten sind Invader auf der Plattform. Also wenn wir jetzt nochmal runtergehen, dort wo wir waren und dann hier zu den Vögeln, dann dort sind drei Invader und die muss ich machen oder mehrere Invader, aber einer davon macht auch, oder droppt auch Varees, ja, Varees Maske, um die es halt geht. Und wenn man Moog gemacht hat, und das ist mir damals passiert, ich habe den Endboss hier zu schnell gemacht, dann verschwinden die. Ja, und das wollen wir natürlich nicht und deswegen, ja, machen wir das jetzt so rum. Das ist also ganz wichtig, bevor man den Endboss in diesem Gebiet macht, dass man da vorher sich den Krempel da holt, ne? Ja, so, wie hieß denn nochmal das Schwert vom Endboss? Sternengeisel? Hm, königlich? Wie hieß denn die Attacke? Wolfsangriff, Troll, ne? Wie hieß denn die Attacke? Ah, der Goldenen Ordnung, ich glaube, das klingt gut, oder? Was, mit den Attributen nicht möglich? Ernstschaft jetzt? Ist es das überhaupt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ne, 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 das ist... Was ist denn jetzt? Ja, ganz locker bleiben. Heiliges Reliktschwert, das klingt schon besser, oder? Das war's. Jo. So, und hier kann man jetzt wunderbar farmen und das sieht gut aus. Juhu. Keine Ahnung, wie jetzt der Level-Unterschied, also der XP-Unterschied wirklich ist. Dürfte so um die 10% sein oder sowas, was man jetzt hier mehr bekommt. Und das sieht doch schon gut aus. Jetzt kann ich hier die Waffen upgraden und so weiter. Keine Ahnung, ob es 10% wirklich sind oder nicht. Wie auch immer, spielt keine Rolle. So, mit dem Schwertchen gehen wir jetzt einfach mal weiter. Und versuchen, das jetzt zu regeln, was ich da angesprochen habe. So, Farmspot haben wir. Wunderbar. Hier unten sind halt die ganzen kleinen Nerffiecher. Hier vorne geht's weiter. Hier ungefähr in der Richtung geht's weiter dorthin, wo wir herkamen. Das interessiert mich jetzt weniger. Hier liegt noch irgendein Kram rum. Wir müssen, glaube ich, hier nach links. Und dort geht's dann zu den angesprochenen Krähen. Genau. Und dort dürften jetzt irgendwie Invades noch stattfinden. Und die habe ich damals verpasst. Und hier gibt's die Varieg... Also das ist eigentlich schon eine sehr, sehr, sehr wichtige Stelle. Dass man das hier ordentlich macht. Da kommen noch die Krähen und so. Ah, hier. Weiße Maske. Gut, okay. Namenlose weiße Maske klingt schon mal gut. Klingt schon mal so, wie das, was wir haben wollen. So, irgendwas macht er da. Blutet irgendwie rum. Oh, spinnt der? Ja, und das ist halt so ein Gegenstand, mit dem man hohen Blutungsschaden macht. Oder das Ganze nochmal verstärkt oder sowas. Komm, was ist dann? Nein, ich hab kein... Och, ich hatte... Och, come on. Hat er mich jetzt echt platt gemacht? Das ist uncool. Das war jetzt nicht so geplant. Okay, mit dem Move hab ich nicht gerechnet. Aber die Maske sieht schon sehr gut aus. Ich glaub, das wollen wir. Oh, jetzt liegen meine ganzen schönen Seelen dort. Ah, wie dämlich. Gut, aber egal. Wichtig ist, dass es so funktioniert. Wunderbar. Was gibt's denn hier an XP? Kann ich das irgendwie... Irgendwie werten? Irgendwie nochmal einordnen? Keine Ahnung. Aber deutlich mehr wie vorher, oder? Deutlich mehr. Kann das sein? Oder bilde ich mir das gerade ein? Hat man ja ganz schnell da ausgelevelt. Was mach ich da? Irgendwas macht da. Aber es ist nicht richtig, was er macht. So, bleib mal noch ganz locker. Ich muss noch ganz kurz meine Tränke auffrischen. Wäre ganz nett. Oh, was? Ist ja nicht down. Das ist nicht cool. Ja gut, muss man halt vielleicht ein anderes Bild nutzen. Die Waffe komplett upgraden. Keine Ahnung, ob ich das gemacht habe. So. Und wie gesagt, dann die Talente, dass sie dann mehr reinkloppen und so. Kann ich hier Begleiter rufen, um das einfach schneller zu machen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, hier konnte ich ihn noch rufen. Ja, hier links sieht man es ja. Kann ich noch rufen. Aber hier, wenn ich hier reingehe, nicht mehr. Ja. Dann kommt die Invade. Und jetzt machen wir das Ganze mal sinnvoll. Ja, Runen haben wir schon ein paar. Da können wir auch bald nochmal upgraden. So, was ist denn jetzt? Invade, hallo? Hallo? Ah, ich wollte gerade sagen, hoffentlich habe ich es nicht vermasselt jetzt irgendwie. So, ich mache jetzt einfach den da. Ah, da fällt er sogar um. Ist ja nett. Das ist ja cool. Kann man auch so machen dann. Okay. Saufen wir einmal. So, namenlose weiße Maske. Ist ein bisschen kacke jetzt für dich so. Ne, damit kommt er gerade gar nicht klar. Gar kein so. Oh, doch. Kommt da, kommt da. Was ist denn jetzt? Jetzt hat meine Figur einfach... Die macht nichts mehr. Nö, okay. Können wir auch machen. Okay. Läuft gerade nicht so geil. So, stirbt. Genau. Wunderschön. Und gib mir einen schönen Loot. Wäre nett. Die namenlose weiße Maske ist tot. Vielleicht habe ich das damals doch gemacht. Wenn es ja keinen Loot jetzt gibt. Vielleicht muss man alle drei umboxen, um dann den Loot zu bekommen. Wirkt gerade so. Weil das da habe ich bestimmt gemacht. Ich bin ja damals hier rein, oder? So, was ist denn mit dir, Kray? Das ist halt nervig mit denen, ne? Voll nervig, merke ich gerade. So, komm. Oh, was? Wie zäh ist denn das Ding, bitte? Oh, come on. Jetzt haut mich das Ding da blatt. Ich glaube es nicht. Ja, die kann man ja anhitten, dass die da in den Abgrund reinrennen. Wissen wir ja. Ah, hier. Stagger Damage ist am Start. So, kommen wir jetzt mal hin. Ne, bei mir stehen die immer super schnell auf. Das Spiel verarscht mich doch. Ich sehe das doch bei anderen Let's Playern. Und da stehen die nicht so schnell auf. Oder liegt das daran, dass ich jetzt noch eventuell einen Hit gesetzt habe und es nicht richtig mitbekommen habe? Kann doch nicht sein, dass die so schnell aufstehen da. Ja, normal geben die 16.000. Der da gab jetzt 26.000. Das ist schon eine deutliche Erhöhung. Jetzt gerade fürs Farmen und so. Noch ein paar Level rausnehmen. Schön. Oder rausholen, wie auch immer. Da ist wieder so ein Vieh irgendwo hier. Sollten da noch weitere Invades stattfinden. Da hinten sieht es mal blutig aus. Da gehen wir mal hin. Gibt es einen Invade? Oh, Hundi. Die Frage ist, ob wirklich meine Waffe so sinnvoll ist. Soll ich einfach mal auf meine Lieblingswaffe gehen? So, komm. Auf geht's. Großsterne. Wo sind... Ah, ich hasse das Spiel. Was ist da? Spiel! Leco mio! Mann! Was ist denn das? Oh mein Gott! Wow! Egal. Ich bin trotzdem super froh, dass wir hier angekommen sind. Ich kann jetzt vielleicht auch heute noch aufkam hier ein bisschen farmen oder sowas. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie ich dazu komme jetzt zeitlich heute. Mal gucken. Aber wie gesagt, um dann Waffen hochzuziehen. Wir haben die ganzen Händler-Kram, Sachen freigeschaltet fürs New Game Plus. Quatsch, fürs DLC sind wir somit eigentlich schon super geil vorbereitet. Und wie gesagt, da noch so ein paar Items holen. Und was im DLC dann vielleicht noch dazu kommt, was irgendwie krass ist und so. Ich freue mich drauf. Yay! Da haben wir eigentlich einen Spielstand, mit dem es gut geht. Ja, vielleicht muss ich noch ein, zwei Bosse umkloppen. Und jo. So ein Krempelhals. Kommen die Gegner wieder? Das ist die andere Frage. Na, wir werden es sehen. So. Großsterne. Wo sind sie? Da sind sie. Schwere Großsterne. Das klingt nice. Das klingt so nach mir. Mit Gegenheilung und so weiter. Man merkt natürlich auch, dass ich jetzt bei der Ausrüstung halt Dinge drin habe, die... Also, dass ich diese Schadensreduktion nicht drin habe. Und das kann man noch mit Zaubern und anderen Tränken dann weiter steigern. Und dann halte ich natürlich auch wesentlich mehr aus. Trotz dessen, dass ich hier schon eine fette Rüstung anhabe. Gut, es gibt keinen neuen Invade. Das habe ich mir kurz überlegt gerade. Ob es vielleicht einen neuen Invade gibt dann. Gut, Großsterne hat auch Nachteile, wie man gerade sieht. Was schwinge ich denn hier wie dämlich rum, Alter? So. Irgendwie hat er die Rune nicht genommen. Warum auch immer. Neuer Gegner ist ein bisschen zu klein. Beziehungsweise direkte Treffer finden nur wirklich direkt unmittelbar vor mir statt. Oh, ich bin echt gar nichts mehr gewohnt, ey. So, da hinten geht es noch weiter. Es ist eine Falle. Es ist eine Falle. Es ist eine Falle. Monty, es ist doch eine Falle. Ja, war klar. Nichts. So. Ob das sinnvoll ist, hier schnell voranzuschreiten? Ist da hinten, ne? Invade bestimmt. Vielleicht kann ich an den Vögelchen einfach vorbei. Da muss ich mir den ganzen Stress mit denen nicht geben. Hier ist der Invade bestimmt, oder? Invade? Invade! Dränen voraus. Kann man da hin? Gut, muss ich jetzt nicht unbedingt testen. Mich wundert es gerade mit den Invades da. Oh, oh, guten Tag. Und jetzt achte ich echt mal drauf, wenn ich Hits setze. Oh, schlecht. Wenn ich Hits setze, wann der Stacker kommt. Dass ich nicht wieder nachhaue. Oh, ich wollte eigentlich gerade... Wann kommt denn das Stacker? Ah, jetzt kommt das Stacker. So, wann stehst du wieder auf? Naja, vielleicht habe ich wirklich eben zugeschlagen. Das war dann mein Fehler. Kann sein. Zeitpunkt verpasst. Des Hittens. Wie er rumschlägt. Einfach nur wie doof. Und nichts gerafft kriegt. Oh Gott, ich bin schon wieder tot. Alter, Leute. Ich spiele wirklich mir einen riesen Mist zusammen. Alter. Oh Gott. Ich bin im New Game Plus. Ich bin voll gut. Oh, ey. Ich komme mir keinen Schritt voran. Das ist doch nicht wahr. So, den ganzen Farmschrott hier lasse ich. Ich wollte eigentlich nur die Items holen. Ein bisschen weiter kommen. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, im New Game Plus, wenn die XP-Anstieg natürlich auch 10, 20, 30 Prozent anscheinend ist. Keine Ahnung, wie hoch der wirklich ist. Dann wird wahrscheinlich der Damage-Output auch dementsprechend sein. Und wenn ich dann meine Rüstung runtergefahren habe und hier mit meinem Waffenwechsel und auch meine Monate lang nicht spielen. Das sind ein paar negative Einflüsse zu viel. So. Da vorne liegen die Runen. Der erste Vogel will mich bestimmt angreifen. Ich ziehe trotzdem weiter. Und wir gucken mal, wo hier überhaupt ein Invade ist. Invade. Am Roten Meer vielleicht. Das habe ich doch damals alles gemacht. Den ganzen Krempel hier habe ich gemacht. Ich wundere mich echt. Wo ist hier der Invade? Und es sollen zwei, drei Stück sein. Äh, drei Stück, glaube ich. Wenn nicht, muss ich das doch nochmal genauer mir angucken, wo die denn genau sind, die Kollegen. Die hauen hier aber auch rein. Die spinnen doch komplett. Ja, da vorne höchstwahrscheinlich, ne. Wird auch sehr einladend für den Invade. Die ganze Fläche hier. Muss ich die Krähen dafür vielleicht weggemacht haben? Glaube ich ja nicht, ne. Was war das jetzt? Spiel. Haut der einfach mal noch einen Angriff nach, oder was? Einfach, weil er Bock hat. Kann man machen, muss man aber nicht, finde ich. So, jetzt aber. Ja, es ist nicht so schwer, ne. Wenn man halbwegs geschickt spielt und weiß, wann man Nachschlägt vor allem. Und nicht den Nachschlag dann ins Leere reinhaut, ne. Ist auch so ein Trick. Oh, den Move kennen wir. So, tschüss. Alles klar. Geht doch. Alter, wie stelle ich mich dann an? Einmal heilen, bitte. Invade Idioten. Hallo. Wo seid ihr denn? Ah, da hinten ist eine Nachricht. Das klingt gut. Was? Helft mir. Nö. Okay. Wie gesagt, vielleicht muss ich es dann doch nochmal nachlesen. Ja, vielleicht habe ich es deswegen damals verpasst. Weil ich einfach dann die Invades übersprungen bin, nicht gefunden habe oder so. Oder kommen die doch an einer anderen Stelle. Dass hier nur der erste ist und die kommen dann doch woanders. Ich muss es eventuell nachlesen. Wundert mich ein bisschen. Ja, kann man so machen. Auf jeden Fall. Mitten in die Gegner reinlaufen und ein bisschen rumwischen. Warum nicht? Genau. Und sich dann vermöbeln lassen, weil man noch der falsche Gegner angreift. Alter Schwede. Monty, Monty, Monty. Alter. Wahnsinn. Irgendwie klappt es dann doch immer noch. Ja, da hinten am Bäumchen wird das hier wohl nicht sein. Oh, doch. Wundert mich aber. Da war ich ja damals auch. Aber wie gesagt, vielleicht zu spät. Ich bin... Ah, hier. Ah, oder? Das kommt nach einer gewissen Zeit oder so. Weil jetzt kommt der Typ schon wieder oder was? Der spinnt doch komplett rum. So, jetzt haben wir natürlich einen ganz anderen Kampf hier. Ja, genau. Deine Waffe unterbricht mich. Alter, was ist denn los? Das ist halt geil bei Großsterne. Der Schwinger trifft so oft noch, obwohl man eigentlich schon mehr oder minder daneben geschlagen hat. Oh, das... Ja, ist klar. Ja. Mach mal. Okay, das war ein bisschen lucky. Aber er ist kaputt. Da ist er kaputt. 300 XP. Jawohl. So, und jetzt kommt er irgendwann nochmal an irgendeiner Stelle oder was? Vielleicht an der Stelle, wo ich schon war. Boah, ist der nervig. Ja, dann würde ich fast da hinten auf die... Oh, oder hier rauf tippen. Hier kommt schon der Invade. Das dürfte der letzte sein. Haben wir ein bisschen Platz hier? Was? Ah, da ist er. So. Und jetzt hat er wahrscheinlich gleich genug gegen mich. Oh, Blutung heilen wäre vielleicht so eine echt schlaue Idee gewesen. Hat er jetzt das Ding gesoffen? Jo, hat er. Vielleicht ein bisschen langsamer agieren gegen den jetzt. Hier mit Heilung noch. Oh, ich bin nervös. Ich bin nervös. Sein Zauber ist natürlich ultra stressig, wenn er den durchbekommt. Oh ja, genau. Hier gegen die Mauer schlagen ist auch sehr schön. Weil dann ich direkt wieder ein neues Angriff veröffentlichte habe. So, das müsste es gewesen sein. So ist es. Oh, Gott sei Dank. Gewand der Feldchirurgen geändert. Weiße Maske. Alles klar. Die Feldchirurgen. So, und das war der Punkt, den ich bisher verpasst hatte. Nice, 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 nice. Endlich. So, hier. Erhalt Reihenfolge. Jetzt haben wir einen ersten Teil hier erledigt. Was mir halt noch wichtig war. So, detaillierte Ansicht. So, wie ging das hier so? Das da? Und dann durchschalten. Ähm. Der Fürst des Blutes belebt den Träger mit seinem Fluch und wenn Blut vergossen wird, erhöht leicht eure Angriffskraft, wenn jemand in der Nähe an Blutverlust leidet. Und das kann man damit nutzen, dass man sich zum Beispiel selbst unter Blutverlust setzt mit diesem Hakimbo oder wie das heißt, mit so einem Move halt. So, was haben wir hier? So, was haben wir hier? Was mache ich da? Ey, warum drücke ich irgendwelche Sachen? So, ähm. Wie sieht's da aus? Das blutperfekte Weise gewandt der Feldchirurgen, deren Morde angeblich von Mitgefühl geleitet werden. Keiner der Chirurgen, die der Fürst des Blutes entführen ließ, konnte jedoch das verfluchte Blut bändigen. Keiner außer Varee. Nice. Hier wird wohl das gleiche stehen, ne? Ja. Ja, von der Rüstung habe ich auch noch nie was gehört, dass die jetzt da irgendwie sinnvoll ist. Naja, aber wie gesagt, außer der Helm halt. Der Helm ist halt brutal, ne? Klar. So, wunderbar. Großsterne hat mir wieder große Dienste erwiesen. Traumhaft. So, da hinten liegt noch irgendwas rum, was wir noch nicht geholt haben. Das mache ich jetzt noch und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ja, dann können wir halt noch Varee machen. Varee ist halt dann doch ordentlich gemacht. Oben The Boss ist dann halt rein theoretisch zu machen. Ja, aber das haben wir alles schon gesehen. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, wow, krass, das müssen wir unbedingt machen. Außer, dass der Boss halt super schwer ist. Dort können wir halt diesen Trank dann mal ausprobieren. Es gibt ja so einen Trank, dass man den da gut besiegen kann, dass er da nicht einen plötzlich voll die Lebenspunkte runterzieht und so ein Scheiß, ne? Ähm, jo, ansonsten Farmspot, mega nice. Äh, ich werde jetzt mal gerade die ganzen Folgen da hochladen. Dann muss ich gucken, kann ich überhaupt noch den, äh, den, äh, Alexander, die Alexander-Quest machen. Kann ja sein, dass ich mir die jetzt irgendwie verhauen habe, weil ich Varee vorgezogen habe. Das könnte sein, muss nicht sein, keine Ahnung. Jo, wie gesagt, hier ganz schnell easy peasy farmen. Das wird, ähm, easy möglich sein, hier ein bisschen XP zu holen, vielleicht noch ein, zwei Level gerade hochzudrücken in irgendeiner Form. Jo, und da freue ich mich auf die nächste Runde mit euch. Wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.